Es ist ein altbekanntes Problem in der IT-Security-Branche. Es ist seit Jahrzehnten bekannt, aber trotzdem scheint immer noch keiner wirklich das Allheilmittel dagegen gefunden zu haben, DDoS-Angriffe. So einfach eigentlich durchzuführen. Für Angreifer gibt es nichts Schöneres als mal eben so ein Server abzuschießen. Die Angriffsvektoren verändern sich ständig und ich und wir in der Zivilredaktion haben uns gefragt, warum ist es so, warum tut anscheinend kaum einer was dagegen oder wenn was dagegen getan wird, warum sind die Mittel dagegen anscheinend nicht ausreichend. Dazu haben wir Hersteller von Security-Produkten im DDoS-Schutzumfeld, Anwenderunternehmen, aber auch die Provider und die Carrier, die ja selber diese Infrastrukturen für die Anwenderunternehmen zur Verfügung stellen, gefragt, was sie aktuell mit dem Thema DDoS-Schutz zu tun haben und was sie für das laufende Jahr 2013 da noch erwarten, sowohl im Angriffsumfeld, aber auch im Sicherheitsumfeld. Was haben Sie mit dem Thema DDoS-Schutz zu tun? Ja, wir schützen einige Kunden im Bereich Application direkt bei uns im Netz und schauen jetzt, dass wir unseren eigenen Backbone auch gegen DDoS-Volumenangriffe schützen. Solange arbeiten wir mit dem Partner ABOR Networks zusammen und einem entsprechenden Cloud-Signal, um diese volumenbasierten Angriffe abzufedern. Und was erwarten Sie für den Rest des Jahres 2013 in dem Umfeld ist immer schwierig, pauschale Aussagen zu treffen, aber was kommen seitens Ihrer Kunden für Anforderungen und was wollen Sie da selber auch aktiv beitragen, dass da halt DDoS-Schutz weiter ein großes Thema bleibt? Ja, also einerseits versuchen wir natürlich, weitere Kunden zu akquirieren, um auch eben entsprechend die Investitionen, die nötig sind, zu decken. Und letzten Endes gibt es sicherlich genügend Firmen- Kundenportale, die Angriffsmuster darbieten oder auch Angriffsziele darstellen. Und ich denke, dass gerade aus der Politik auch dieses Jahr noch einiges kommen wird, gerade was die Meldepflicht von DDoS-Angriffen und so weiter angeht. Ich denke, da können wir uns in den nächsten Monaten noch auf ein spannendes Thema oder zum Thema DDoS gefasst machen. Was haben Sie mit dem Thema DDoS-Schutz konkret zu tun? Also bei Stormsoft, wir erstellen Firewalls, IPS-Systeme dar. Wir sehen uns als Last Line of Defense für Traffic-Floods. Wir bieten auch DDoS-Angriffen, die nicht trafficbasierend sind. Und wir sind jetzt bei der weiteren Entwicklung von unseren Produkten, die jetzt mehr Sicherheit für DDoS-Angriffen dann gewährleisten können. Weiterentwicklung ist ein gutes Stichwort. Was erwarten Sie denn für den Rest jetzt speziell des Jahres 2013 im Bereich DDoS-Attacken und Schutz dagegen? Sie meinen, was wir jetzt bieten können? Was Sie bieten können und was Ihre Kunden auch für Anforderungen stellen? Also Kunden stellen ihre Anforderungen natürlich für Flood-Attacks bei dem Provider in der ersten Linie. Bei uns richtet sich das dann, falls jetzt ein Angriff zu uns kommen sollte, dann mitigieren wir den Angriff so weit wie möglich. Ein Beispiel davon sind SYN-Flood-Attacks. Wir mitigieren die mit SYN-Cookies und wir sind jetzt in der Testphase. Was haben Sie konkret mit dem Thema DDoS-Schutz zu tun? Wir sind als CERT natürlich dafür verantwortlich, bei konkreten DDoS-Angriffen die Gegenmaßnahmen einzuleiten, aber natürlich auch zu identifizieren, wo liegen eigentlich die Ursachen, die Probleme, die DDoS-Attacken überhaupt ermöglichen, beispielsweise Botnetz, beispielsweise offene DNS-Resolver und diese Themen dann auch gezielt anzugehen. Und was erwarten Sie in dem ganzen Themenbereich im Laufe dieses Jahres 2013? Sie haben auch viel mit der Politik zu tun oder auch mit Security-Dienstleistern? Wir werden wahrscheinlich nochmal eine Steigerung der Angriffsvolumina erreichen, einfach durch das Thema DNS-Amplification-Attacks. Ich denke, wir werden auch wieder mehr im deutschen Raum von diesen Angriffen betroffen sein. Ansonsten, was weitergehen wird, sind die derzeitigen Angriffe eher kleinerem Volumens, wo dann relativ gezielt Unternehmen erpresst werden oder eine besondere Form des Wettbewerbs dann durch DDoS-Angriffe durchgeführt wird. Das wird sicherlich weitergehen. Da sehen wir eine Professionalisierung, die in den letzten Jahren eigentlich kontinuierlich zugenommen hat. Was haben Sie konkret mit dem Thema DDoS-Schutz zu tun? Ja. Also seit 13 Jahren reine DDoS-Schutzhersteller, also Anbieter von Geräten. Wir haben die großen Carrier als Kunden. Wir sind auch im Enterprise-Markt unterwegs. Wir bieten also Lösungen an, die speziell für DDoS-Angriffe konzipiert sind und damit auch Schutzmaßnahmen und Verfügbarkeit des Services anbieten, wenn man die Geräte einsetzt. Und was erwarten Sie jetzt speziell für das restliche Jahr 2013? Werden die Attacken weiter zunehmen? Was erwarten Ihre Kunden? Was erwarten die Provider, die mit Ihnen kooperieren in dem ganzen Bereich DDoS? Also wir haben jetzt im ersten Quartal schon wieder eine Zunahme von knapp 10 bis 15 Prozent gesehen, je nach Angriffsart. Wir sehen, dass die Entwicklung weitergeht. Wir sehen, dass die ersten IPv6-Attacken schon aufschlagen, mehr in den USA als hier in Europa. Das heißt, Trendmäßig erwarten wir für das gesamte Jahr eine Zunahme von ca. 20 Prozent sowohl Größe als auch Komplexität im Applikations- und Volumenbereich. Was haben Sie konkret mit dem Thema DDoS-Schutz zu tun? Konkret habe ich mit diesem Thema zu tun, weil meine Kunden mich beauftragt haben, eine DDoS-Schutzlösung anzubieten, zu implementieren. Und diese konnten wir nicht mit der Telekom vereinbaren, leider nicht. Wir haben es mit der Colt vereinbart. Die Telekom ist zwar motiviert, aber wir haben den richtigen Ansprechpartner nicht gehabt. Und was erwarten Sie jetzt im Laufe des Jahres 2013, was so die Zahl der DDoS-Attacken, die Art angeht oder auch, wir haben ja einen speziellen Kunden, eine Behörde in Berlin, mit der Sie ein Projekt umgesetzt haben. Was erwarten Sie da für Herausforderungen, speziell in den nächsten Monaten? Das Angriffsverhalten wird sich noch ein bisschen weiter verändern. Es wird noch intelligenter werden. Das heißt, die Abwehrmechanismen müssen intelligenter werden. Es funktioniert nicht, einfach eine rote Büchse hinzustellen und zu sagen, das ist meine Firewall, die handelt alles, sondern die Hacker denken mehr nach. Das heißt, auch mit dem Schutz müssen mehr nachgedacht werden. Und das sowohl auf der Providerseite, sprich Telekom und Kollegen, als auch Anwenderseite, als auch von der Beraterseite aus. Da fehlt einfach Intelligenz momentan noch.